Hallo ihr Legenden und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar wurde ich von den Fakes von meinem ProHD getaggt. Und es ist der Ein-Wort-Tag, das heißt ich darf immer plus ein Wort sagen, was mein ProHD jetzt nicht zusammengekriegt hat, aber ich werde es schon schaffen irgendwie. Gut, die erste Frage ist, was war dein Traumberuf als kleines Kind? Ingenieur. Dann die zweite, was ist dein Lieblingstränk? Wasser. Die dritte, was ist dein Lieblingsgegenstand? Titten. Fünftens, was bist du nicht? Nett. Fünftens, auf welche Schule gehst du? Gymnasium. Sechstens, was sind deine Freunde? Fagget. Siebtens, wie ist deine Stimmung? Gut. Achtens, wie ist dein Computer? Gut. Neuntens, was hörst du gerade? Nix. Zehntens, was machst du gerade? Antworten. Elftens, was sind deine Ängste? Deine Angst? Dildo. Zwölftens, dein Traumauto? Fort. 13. Der Raum, in dem du dich findest? Folterkeller. Viertens, auf deinem Bett? Hure. Fünftens, welche Klasse? Q11. Gut, das war es auch schon. Ging ziemlich schnell und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt auch noch zwei Personen taggen oder ich muss noch jemanden taggen. Ich tag nämlich den Alex aka ZoomInPlay und dann auch noch KWGamesTV und und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß noch mit dem Outro Piecen Out, euer Pixel.